Ja, ich lock mich mal aus, Leute. Ich muss kacken. Oder? Ja, hier noch. Hier läuft einer vor der Tür. Ich bin gerade in dem Haus. Komm, ob hier unten einer ist. Ja, ja. Meinst du, der ist drin? Könnte sein. Ich höre hier zwei Stef, zwei Hächeln. Sag, wenn du hochkommst. Ja, da ist ein Bambi hier. Ja, dann komm du hoch. Ich komm hoch. Ja, musst springen oder Leertanz zu drücken, dass du hochkommst. Ah! Guck raus, bitte. Der will mich töten. Rette mich. Der ist hier unten. Der ist hier unten. Der ist hier unten. Der ist hier unten. Komm hoch. Ey, ich hab eine. Ey, hier sind die ganzen Sachen. Die Leute hier haben Hexen. Das ist nicht so. Hi, Jude. Ja, renn runter. Ich muss jetzt gleich sterben. Ja, sag ihm, ich brauche deinen Namen. Oh mein Gott. Boah. Sofort geschossen. Alles gut? Komm zu mir und wir fahren. Ich weiß nicht, ob jemand geschossen wird. Boah, der Typ mit der Pistole ist immer noch da unten. Aber der habe ich nicht gesehen. Weg ran. Draußen schießt einer. Ich habe jetzt eine Art noch. Ich hole jetzt meine Rack wieder. Boah, ich muss kacken, dicker Alter. Alter. Auf der Polizei-Station liegen irgendwelche. Alter, ich muss scheiß mich. Ich gehe gleich wieder. Willst du im Wald? Nein. Hier im Wald sitzt vor wie einer und der See. Tütti. Tütti. Mach dich. Ich bin der Standschlüssel. Schleichen nigger. Wenn meine Rack hinkomme. Wenn meine Rack hinkomme. Wenn ich die Rack jetzt hätte, könnt ihr ihn umknallen. Ich bin der Cheetahhunter von Bad Silver. Ich bin hinter dem. Ich kann den K.O. boxen. Ja, wenn er keinen Helm hat, von gut. Oh, der hab ich gesehen. Der hab ich gesehen. Der hab ich gesehen. Fuck, Alter. Oh, meine Rack. Friendly, don't shoot. Er hat mich im Hexenhaus getötet. Äh, meinte er. Hands up, hands up. Komm zu mir.